Das können wir nachher sprechen, das sage ich dir dann. Das ist halt das Pferdchen mit der Floppe, oder? Ja, und die Pferde sind jetzt auch zu, dass so viele Kinder da an ihr herumhandieren. Achtung, da fahren wir mal. Ja, danke schön. Achtung, da fahren wir mal. Achtung, da stehen wir mal. Achtung, da stehen wir mal. Na, die Gusti war draußen, wie es geregnet hat, weiss? Und die ist jetzt da. Und wir machen nachher den noch auf die Pferde. Okay.